Die Böse ist kein Grammophon, sie spielt auch keine Lieder, doch sie ist ein Erholungsort für steif gewordene Lieder. Irgendwie höre ich nichts, also ich fürchte, dass da aus unerklärlichen Gründen sich in meinen Audioausstellungen, äh Einstellungen, nicht Ausstellungen, das Mikrofon ausgestellt hat. Ich habe nochmal nachgeguckt, irgendwie ist plötzlich der Haken auf Stereo Mix gewesen, statt auf dem Mikrofon. Ich kann mir das auch nicht erklären, gestern hat es noch funktioniert. Jetzt kann man leider nichts hören, irgendwie. Ich kann die Schokolade auch nicht mehr ausrotzen, das bedeutet, mh. Also wie gesagt, irgendwas hat mit den Audioeinstellungen nicht funktioniert. Ich werde es jetzt in Zukunft einfach jedes Mal vorher nachgucken, ob die Häkchen auch wirklich noch alle an der Stelle sind, wo sie hingehören. Aber wie gesagt, in den Türchen war ein Schuh und an dem Schuh da waren Räder. Und hinter dem Schuh, an dem Räder dran waren, befand sich eine Mieze Katze, die den Schneemann wieder aufgebaut hat, den ich gestern aufgefressen habe. Tja, Snowballkiller, da ist ja doch mal Schwein gehabt. Oh, da kommt die Mutter. Oh, da kommt die Mutter.